Hier eine Tollkirsche, der lateinische Name Atropa belladonna, also die schöne Frau. Das ist eine sehr giftige Pflanze, auch wenn die Früchte ebenso ähnlich aussehen wie Kirschen, aber sehr giftig. Da ist ein Gift drin, das nennt sich Atropin, haben wir vielleicht bei anderer Gelegenheit gehört. Also schlicht einfach das Amtwegs erfreuen, aber nicht essen generell. Es gibt ein paar andere Bären, die giftig sind. Bären generell einfach sich an die halten, die am häufigsten sind und die man kennt, ähnlich wie beim Bildzusammeln.